allen herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich bin das serials und heute geht die gamer mit dem alex in die killbox und es sind jetzt 1 2 3 4 5 man mal sehen wie sie sich da so anstellen und ob sie es dann überleben oder ob sie den einen oder anderen verlieren bin echt mal gespannt jetzt bereiten sie sich natürlich noch vor wendel schlägt zaubert dietrischer so war es auch also alle halbwegs gute nährwerte haben damit sie wenn sie verletzt werden auch relativ schnell drehen können und dann schauen wir einfach mal wie die fünfte so anstellen dann gehen wir mal hoch mal schauen was ist es sagen hatte ist da was wer ist da hatte ist habt ihr da die eingesteckt ne wo wer die denn hat rendel bestimmt eingesteckt schon ich hab die ja so sind wir alle soweit ja sind alle soweit ihr beide kümmert euch wie immer deckt euch gegenseitig 3 2 links sind und rechts genau ich mach das schon ich mach das schon 3 2 1 schatz du hierhin ich stehe wieder hier na gut denn alex alex komm mal bitte hierher ok ich soll da drüben stehen ja bleib mal hier in der ecke stehen ich hab letztes mal da drüben gestanden ja ich auf bin lieber hinter euch 10 38 3 schlösser achten zum bis 10 10 9 Minuten, Achtung, Zombies Na, Rende, mach die Tür auf Soßen Kannst ja gleich knacken, Rende Ja, ja, hier liegt eine M82, müsste irgendeiner von euch einstecken Ich hab keine freien Rücken mehr Ist auch ein rostiges Schatz, hast du noch Platz auf dem Rücken? Ich hab zwei Plätze frei auf dem Rücken Okay, dann lass die beiden jetzt knacken Wir achten auf die Zombies Erste offen Erste offen, Alex durchlooten Na, ihr habt noch 2. Schloss Achso, Alex wieder zurück, Zombies Ich brauch dir Hilfe Was brauchst du, Erste Hilfe? Ne, ob ihr Hilfe braucht Nein Du musst dich dann hin, wo es denn hier auch war Wenn sich einer meinen Rücken stellt oder von Sumag wäre das vielleicht nicht verkehrt Ja, ich stell mich dann bei dir hin Alex, bleib in deine Ecke Ich konnte ja nichts mehr looten Ne, ich hab verstanden, dass du Max auf hat, aber er hatte nur 1 Schloss weg Ja, nein, es sind aber 2 Ja, ja 7, 15 Oh Ich schnauze Auf So Schatz, durchlooten Du bist ja gerade Oh ja, das ist hier MP5 Zeug hier, ich pack das mal alles raus Ja Rende, nächste Tür auf Wir haben noch 7 Minuten und wir müssen in 2 Minuten raus Ja, 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 ist sehr gut Boah, nee, so ein Stress, jo Schatz, in deine Ecke Ja Alex, in deine Ecke Da ist nichts mehr zum Looten Ja Achtung, Zombies Oh, offen Offen Du bist auf Alex, durchlooten Du kannst looten Aber dafür haben wir leider keine Zeit mehr, Jungs Okay, dann gehen wir raus Gibt's noch was zu knacken? Ja, da vorne den Raum durchlooten 24 Minuten Nein, wir müssen noch raus, wir haben Gasmaske Ja, deswegen ja Habt ihr alles mit? Oh, Scheiße, ich hab keinen, keinen Handschuhe an Wer denn Hier Gas Gas setzt ein Okay Los Raus 3, 2, 1 Tür auf Okay Wir haben einen Filter hier, oder? Alex Wo ist Alex? Die Waffe hab ich nicht gekriegt Hast du die mitgenommen? Die M82? Ja Die hab ich Die hab die AK15 noch mitbekommen Ich konnte die nicht mehr, ich hab grad ganz viel Platz gemacht, dass ich die mitnehmen konnte Habe ich gerade den Mech gehört? Ähm Ja Naja Zwei Räume machen, ne? Handschuhe mäßig was Ja Überschaubar Ich war doof Jetzt hab ich Platz gehabt Geil Hier ist nochmal 9mm Munition für Dino oder Alex Was war jetzt los? Hast du wieder irgendwas genommen, was du nicht nehmen solltest? Wir teilen das Wir teilen das alles beim Auto auf Weil wir haben ja auch hier im Rucksack noch Sachen Aber immerhin Alle 5 überlebt, ne? Ja Ja Es kommt auch nur dazu, weil wieder der Samtmann dabei war Ja, wie so vorhin haben wir auch überlebt, Herr Otto Oh Nö, ich nicht Ja, aber das war jetzt Das lag ja nicht an uns, wenn du da irgendwo im Spiel festgepackt bist Ja, bin dann zu einer Ecken hängern, blimm So, Schatz, dann nimm die den Rucksack wieder Ja, aber man muss schon eins sagen Sandmann ist unsere rechte Hand Ja Oh, ja Sagen kann man nicht Oh, den Moja kann nicht sprechen Sandmann ist am neuen Rechner Moja? Ja, hallo, da bin ich Ja, hallo Hallo, Moja Hi ihr Lieben Nein, alles gut Das sind ja 1, 2, 3 ganz viele hier Ist auch ein langer Bunker hier Oh, was, 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 was geht ab hier? Ja, wir haben wieder 2 Killboxen gemacht Ei, ei, ei Diesmal der Ali ist auch mit dabei Oh Moja spielt schon auf den Rechner, oder? Nee, ich sag schon Wir haben auch kein Kabel Nee, nee, das dauert ja noch erstmal, bis das Kabel kommt Und dann muss ich ja die Schicht abwarten, wann der Olli dafür Zeit hat und wir das machen können, ne? Weil, wie gesagt, der hat ja 3 verschiedene Schichten Mhm Ja, da muss man immer gucken Wo seid ihr jetzt raus? Wir kommen zum Haupteingang So, ich bin noch gar nicht aufs Gamm Ich muss mich jetzt erstmal Ich hab mich versucht zu beeilen Wo ist Alex? Ja, ich komme Wer ist denn jetzt alles deiner Box? Ihr alle da? Nö, Rende, Sumax, die liebe Biene, Alex und der Sandman Nein Ja, krass Ist ja cool Wir müssen nach rechts, ne? Nach rechts weg, ja Jetzt müssen sie noch lebend rauskommen Ja, das wird nicht das Leben Ich bin jetzt am hinteren Ausgang wieder, scheiße Ich meine, wenn du da gut rauskommst, dann geht er auf Wenn du da gut rauskommst, dann geht er auf Wenn du da gut rauskommst, dann geht er auf Achtung, Mech Ja Nimmer raus Lass mich mal gucken, wie der läuft, ich weiß jetzt nicht wie der läuft Er läuft jetzt nach vorn Und dann läuft er dann wieder zurück Wenn er von uns wegläuft Eigentlich langsam loslaufen So, gehen Und dann irgendwann Er kommt wieder zurück, er kommt wieder zurück Verlenk ihn mal ab So, jetzt, oder? Ja So, rennt, 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 rennt Go, go, go Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Was ist da los? Ich wecke drauf wie die Hasen Wie die Hasen Das ist Nervenkitzel, sag ich euch Und den Sandmann hat's noch nicht Der Sandmann, der stürmt immer so ungestimmt vor Ja, Sandmann hat's leider erwischt Ja, um euch zu decken Ja, ja Das hätte ich jetzt auch gesagt Wäre doch viel cooler, wenn wir rauskommen, ohne dass er jedes Mal auf uns schießt Wäre ja langweilig Äh, Blaupause Das kriegt ja sogar der Onkel hin Ne Äh, wir müssen nach Norden Zum Rausen, oder nicht? Alter Wo hab ich die Blaupause gesetzt? Ach, ich glaub da lang müssen wir Das wäre nur wie hinterher Wo ist die Blaupause? Äh, dürfte passen? Ich brauch auf jeden Fall Nähzeug Wo bist du? Bist du im Auto, oder ich hab welches? Ja, ich hab was am Mann, aber ich weiß jetzt nicht wo du bist Ja, ich komm zum Auto gleich Ich lass mich doch erstmal nur verbinden Wer läuft gar nicht hier hinterm? Äh, hinter wen lauf ich gerade hinterher? Ja So, da la Jetzt habt ihr mal gesehen, wie die Gamer Miliz in die Killbox geht Und den ein oder anderen Spieler dann auch hin und wieder mal mitnimmt Und heute war mal der Alex dabei Als, ja, Gastkämpfer sozusagen Und dann Lassen wir die lieben Kollegen mal hier in Ruhe Und ich bedanke mich für diese Folge in der Killbox Und Vergesst Abo und Like nicht Lasst die Glocke bimmeln Und Wenn ihr sie aktiviert habt, die Glocke Kriegt ihr auch gleich dann die Nachricht Sobald wieder ein Video von mir online gestellt ist Und mit dieser Aussicht bedanke ich mich für's Zuschauen Kommt das nächste Mal wieder mit Wenn ihr dann Scum unterwegs seid Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao